Hallo! Jawoll! Ja, geil! Hier könnt ihr auch gut reingucken, wenn ihr wollt. Hier, hier ist ein gutes Loch. Hier könnt ihr reingucken, wenn ihr Bock habt. Ja, das schaffst du schon. Das geht schon. Sonst guck hier rauf einfach. Siehste? Ja. Ah! Verspielt! Schlecht! Ich dachte, das wird nicht mehr abgenommen. Das ist schrecklich.